Hey, schön, dass du heute hier bist. Heute werde ich deine negativen, negativen Energien besitigen. Und wir werden Energien ganz entspannt bei dir anwenden. Wie immer musst du nicht viel dafür tun, sondern einfach versuchen abzuschalten. Zu entspannen. Und alle Gedanken, die sich momentan in deinem Kopf, 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 Kopf befinden, einfach loszulassen. Bist du bereit? Dann atmen wir jetzt einmal gemeinsam ganz tief durch. Ein, drei, zwei, eins. Und ausatmen. Und ausatmen. Sehr gut. Ich werde jetzt gleich wieder meine spezielle Sprache anwenden. Dir dabei helfen, sich ganz bewusst abschalten zu können. So werden auch die ganzen Gedanken auch einfach weg, weg, weg transportiert. Und, ja. Du musst nicht versuchen, irgendetwas zu verstehen. Du hast wirklich gelappt. Aber, ja. Lass dich einfach darauf ein. Okay. Gut. Also, wir starten zuerst noch mit diesem kleinen Duftsäckchen. Dieses Duftsäckchen soll dir auch dabei helfen, nach unten zu kommen, loszulassen, abzuschalten und einfach zu Ruhe zu kommen. Okay. Du kannst sehr gerne mal daran riechen. Und du kannst ganz intensiv in dir aufnehmen. Ganz intensiv in dir aufnehmen. Die tief einatmen. Die tief einatmen. Sehr gut. Sehr gut. Die lösen nun die ersten negativen Anerkennungen. Ganz einfach. Mit dieser Methode. Ja. Auch wieder. Und, um. Ich hoffe, dass du nachher etwas ein bisschen intensiver stecken. Deswegen werden wir dieses Öl auf deine Schläfen auftragen. Und ja, das soll auch dabei helfen, dass sich alles leichter löst. Du durchatmen kannst und zur Ruhe kannst. Okay. Ich werde dir das Öl auf die Schläfen in die Schläfen am fünfmесяn. Hier wird der Schläf dazu gesiehen. Und nun wieder das Öl auf die Schläfen aus, wenn du esmagierst. Und jetzt die Schläfe sicht und der Schläf zu müssen. Alles gut. Alles gut. Gedanken dürfen wir hier. Alles gut. Alles gut. Dürfen weichen. 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 Zulange. 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 Das sind dread. Zulange. Zulange. Zummerkle. Zulange. 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 Teil der Kliniken nicht nur auf dem Arm Schungle Stalical Non Struck Schugle Megalen Schugle Schugle Megalen Megalen Okay, ich glaube, für das erste ist das gut, wir würden hier sitzen noch ein paar tiefer, tiefer, und dann gehen wir wieder auf die Hälfte und die Hälfte und die Hälfte. blick blick на секунде хруст Crypto хруст 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 so Das ist jetzt noch ein paar Hände und dann noch ein paar Hände und dann noch ein paar Hände. Gehörte, 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 gehörte. Es riecht so gut, oder? Bis dann deinem Befinden, merkst du schon, dass sich etwas tut. Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe noch ein paar entspannter, spezieller Worte für dich, die du sehr, sehr gerne verinnerlichen kannst. Die dir auch dabei helfen sollen, diese negativen Gedanken nicht so sehr an dich heranzulassen. Auch diese negativen Energien. Du verstehst, was ich meine? Ja, genau. Und dann starten wir eigentlich nochmal an zwei äterliche Dieselworte. Worte, okay. Du bist gut, du bist gut. Seitdem du bist? Du bist gut, du bist gut. Du bist gut. Seitdem du bist. Lass dich nicht auf sichern. Lass dich nicht auf sichern. Gehe deinen Weg. Gehe deinen Weg. Weg weg. Vertraue auf dein Bauch. Auf dein Bauch. Es wird dir den richtigen Weg anzeigen. Lass dich leiden. Lass dich leiden. Vertraue auf deine Inhalviere. Montre. Inhalviere. Inhalviere. Ist alles gut. Ist alles gut. 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 Du schaste. Du schaste. Verliere nicht den Mut. 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 Du kannst alles mit deinem Verwenden erreichen. 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 Weil du es ganz weit verschaffst. Du darfst den Mut aufbringen. Dann bringe dich wieder rein. Dann bringe dich wieder rein. Du. 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 Lass dich nicht von den negativen Energien. Energien. Leiden. Denn du bist das wert. Wert. Du schaste. Du schaste. Du schaste. Okay. Gut. Gut. Ich habe jetzt noch ein bisschen Musik hier zum Verinnerlichen für dich. Lass dich einfach treiben, 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 treiben. Genieße die Klinge. Und wenn du möchtest, darfst du sehr gerne einklagen, okay? Okay, das wird vielleicht nicht mehr so schnell. Okay. Okay. Du schnennst. Okay. Okay. Du schnennst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020